Halt ein Auge, Mihawk! Und du hast nur mit dem Schwert dieses riesige Schiff zertrümmert? Ja. Verstehe. Dann bist du der Beste. Du hast dir zwar hier auf dem East Blue einen Namen gemacht, aber was bedeutet das schon? Das ist gar nichts. Auf der Grand Line bist du ein Niemals, ein Niemals. Der immer hat einen eisernen Willen. Er geht bis zum Äußersten, um seinem Mann zu stehen. Ich bin schon eine ganze Weile hinter dir her. Ich hab dich gesucht. Was hast du denn vor? Ich werde dich besiegen. Er ist der stärkste Schwertkämpfer der Welt. Ich muss es schaffen. Einem Grünschnabel wie dir sollte auch ohne Kampf klar sein, wer hier der Bessere ist. Gegen mich hat noch keiner gewonnen. Wie heißt du eigentlich? Man wählt mich, Loren und Thor. Gib endlich auf. Du hast auf der ganzen Linie versagt. Du hast verloren. Nein, ich darf nicht verlieren. Ich muss sie besiegen. Koste ist, was es wolle. Ich habe jemandem etwas versprochen. Es ist überaus wichtig für mich, dass ich dieses Versprechen halte. Ich fühle mich verpflichtet, denn meine Ehre als Kämpfer steht auf dem Spiel. Nein, ich kann nicht aufgeben, Mihawk. Sonst wäre alles umsonst gewesen, was ich bisher in meinem Leben getan habe. Wunderschön Mal iOS. Ich bin nervös. Ich bin nervös. Ich bin nervös.